Kapitel 72 Weihnachten mit den Dursleys Dudley konnte es kaum noch erwarten. Immer wieder rannte er wie ein aufgescheuchtes Huhn im Zimmer herum, sehr zum Ärger seiner Mitbewohner. Hey Dursley, jetzt komm mal wieder runter. Vom Rumrennen vergeht die Zeit auch nicht schneller. Ist mir auch klar, Thompson, aber ich kann nichts machen. Weiter zog Dudley seine Runden und strapazierte so die Nerven der anderen Jungs. Aber was sollte er machen? Er hatte seine Eltern seit August nicht mehr gesehen. Zwar hatte er immer wieder mit ihnen telefoniert, aber ein Besuch war ihm noch nie erlaubt worden. Dafür hatte er sich nicht gut genug benommen. Und auch jetzt durfte er sie nur treffen, weil Weihnachten war. Als im Sommer sein Cousin mit diesem düsteren Kerl angekommen war, hielt er das Ganze noch für einen Scherz. Klar, die Geräte waren ausgefallen und er bekam auch nicht mehr das Essen, was er für gewöhnlich verspeiste. Aber er dachte, dass dieser Zauber nur einige Stunden anhalten würde. Aber die Tage vergingen und auf einmal stand da der Kerl von dem Jugendheim vor der Tür. Alles Brüllen von seinem Vater und Betteln seitens seiner Mutter half nichts. Sie hatten nur zur Folge, dass wieder mal die Geräte den Geist aufgaben. Und ehe es sich versah, war er hier gelandet, in einem Heim für schwer ziehbare Jugendliche, die sich ihren magiebegabten Familienmitgliedern gegenüber unmöglich verhielten. Plötzlich war es aus mit dem Einzelzimmer, keine Rumstreunern mit den Freunden, kein Computer oder anderen technischen Schnickschnack und auch kein ungesundes Essen mehr. Erst zu diesem Zeitpunkt war Dudley klar, dass dieser Snape seine Drohung wohl mehr als ernst gemeint hatte. Mittlerweile war sein Tagesablauf streng geregelt. Es gab kein langes Ausschlafen mehr, auch nicht an den Wochenenden. Dieses Privileg musste man sich verdienen. Der Unterricht hier war wesentlich strenger als der an seiner alten Schule. Es gab auch Lernstunden, in denen man beaufsichtigt wurde. Zu der Zeit durfte man ausschließlich seine Hausaufgaben machen oder für die Schule lernen. Auch die Küche war zu diesem Zeitpunkt abgesperrt. Zum normalen Unterricht kamen noch zusätzliche Stunden, in denen die Jugendliche etwas über die magische Welt lernten. Auch die Freizeit war streng geregelt. So etwas wie Boxen oder Krafttraining gab es nicht, zumindest nicht für die Neuankömmlinge. Das würde die Gewaltbereitschaft nur steigern, so die Betreuer. Allerdings war täglicher Sport ein Muss. Für ihn am Anfang die Hölle. Tägliches Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Auch seine Ernährung wurde umgestellt. Tobias, einer seiner Zimmerkollegen, meinte, er komme sich vor wie in einem Fettcamp. So ging es auch Dudley, vor allem, da er mittlerweile bereits fünf Kilo abgenommen hatte. Aber das war dringend nötig, wie die Untersuchung an seinem ersten Tag gezeigt hatte. Seine Werte waren anscheinend das reinste Gruselbuch. Eigenartig war vor allem, dass die meisten der Jugendliche hier an Übergewicht litten. Die ersten Wochen, die er hier war, hatte er damit verbracht, seine Betreuer anzuschreien, zu bocken und sein Cousin und dessen Mann zu verfluchen. Er hatte sie als miese Schwuchteln beschimpft und gemeint, sie sollten sich gegenseitig den Schwanz lutschen und ihn in Ruhe lassen. Dieses Verhalten hatte ihm zusätzliche Therapiestunden, Sozialstunden und Küchendienst eingebracht. Außerdem hatte er fast täglich katzenlastige Albträume. Einer seiner Betreuer, ein sogenannter Squibb, hatte ihm dann erzählt, warum er diese Träume hatte. Und was hatte er getan? Anstatt sich bei den Tieren zu entschuldigen und darüber nachzudenken, was er getan hatte, verfluchte er sie als Mistviecher, die eh nichts Besseres als den Tod verdient hätten. Auch Harry wurde fleißig verflucht. Aber das erwies sich als der Schlimmste seiner vielen Fehler. Er bekam Ärger mit fast jedem Betreuer und auch einigen älteren Insassen, wie er sie damals noch nannte. Dann hagelte es Strafarbeiten und er bekam ein Buch in die Hand gedrückt, das er lesen musste. In dem Buch ging es um einen Krieg, der vor Jahren in der Zauberwelt gewütet hatte. Darin erfuhr er dann auch die Geschichte von Harry Potter, dem Jungen, der lebt. Im Nachhinein würde Dudley das als ein Wendepunkt ansehen. In Gesprächen mit seinen Bezugi, so nannten sie die Bezugsbetreuer, erfuhr er dann auch, wie es Harry im Moment ging. Leo, ein Bezugi, erzählte ihm, dass er als Squibb auf die Welt gekommen war. Er wurde von seiner eigenen Familie verstoßen. Nur seine Schwester hielt zu ihm. Er hatte so unter dem Zustand gelitten, dass er seine Wut an anderen ausließ und dann selbst in dieses Heim kam. Jetzt hatte er einen wunderbaren Beruf. Und dank Harry und seinem Mann bekam er auch noch die Chance auf Magie. Allerdings lehnte er das Angebot ab. Leo fühlte sich wohl und dafür brauchte er keine Magie. Zwei andere Betreuer nahmen das Angebot an, vor allem deswegen, weil sie die Letzten in ihrer Blutlinie waren. Im Augenblick lernten sie in Hogwarts. Ilera war ironischerweise genau der, der Dudley damals einen Schweineschwanz angezaubert hatte. Dudley setzte sich auf sein Bett und holte die Geschenke für seine Eltern heraus. Für seine Mutter hatte er ein Seidentuch bemalt. Etwas, wofür er sich vor einigen Monaten noch geschämt hätte. Sein Vater würde ein kleines Kästchen aus lackiertem Holz bekommen. Darin konnte er seine geliebten Manschettenknöpfe aufbewahren. Wieder musste der immer noch zu dicke Junge an sein Cousin denken. Unglaublich. Der Kleine war ein Held. Er hatte dieses Land gerettet. Und das nicht nur einmal. Er war mittlerweile eines der seltensten Geschöpfe dieser Welt. Dudley hatte erfahren, dass er sogar unterrichtete. Einfach unglaublich. Und diesen Jungen hat er immer wieder geschlagen. Ach was, gefoltert und ihn als Schwächling bezeichnet. Oh Mann, und er hatte sich sogar über dessen Albträume lustig gemacht. Und was tat der Junge? Rettete ihm das Leben? Nein, er hatte sogar viel mehr getan. Harry hatte seine Seele gerettet. Ein Klopfen riss ihn aus seinen Überlegungen. Dudley, komm mit, es geht zu deinen Eltern. Begeistert sprang der Junge auf. Er würde seine Eltern nicht im Heim treffen. Dieser Ort war Verwachsene, außer mit Ausnahme der Betreuer, tabu. Und er würde auch nicht allein sein. Lisa würde die ganze Zeit dabei sein, um das Treffen notfalls abzubrechen. Zwar war eigentlich Leo für ihn zuständig, aber der hatte keine Magie. Und es war in der Vergangenheit schon mal vorgekommen, dass die Eltern handgreiflich geworden waren. Bereit? Ja. Dann komm, wir werden apparieren. Nun war Dudley doch nervös. Zwar wusste er, was das bedeutete, aber er hatte nie die Erfahrung selbst gemacht. Halt dich fest. Und schon ging es los. Als sie landeten, musste Lisa den Jungen festhalten. Oh Mann, das ist ja die Hölle. Wie schafft ihr das nur unfallfrei? Lisa fing an zu kichern. Hagrid hat gesagt, dass dein Cousin auch immer flucht, wenn er das machen muss. Kann ich verstehen. Ich glaube, mein Magen hat sich auf halber Strecke für die andere Richtung entschieden. Noch immer leicht grün machten sich die beiden auf den Weg in ein Café, das ebenfalls von Zauberern betrieben wurde. Von sogenannten Muggelgeborenen, die in der Welt der Muggel arbeiteten, allerdings nur Gäste hatten, die beide Welten kannten. Schau, da drüben sind sie. Und schon war Dudley nicht mehr zu halten. Er rannte auf seine Eltern zu und warf sich ihnen an den Hals. Mom, Dad, es ist so schön, euch zu sehen. Wie geht es euch? Mein süßer Schatz, was haben sie denn mit dir gemacht? Du bist ja ganz abgemagert. Petunia nahm ihren Sohn in den Arm und auch Vernon zog Dudley an sich. Als sie sich setzten, sah sich Dudley seine Eltern genau an. Die beiden sahen fürchterlich aus. Seine Mutter schien um Jahre gealtert und ihre Kleidung war anscheinend schon länger nicht mehr gewaschen und gebügelt worden. Sein Vater sah nicht besser aus, nur dass seine Haut herunterhing. Anscheinend aß er nicht mehr so viel. Außerdem verströmten die beiden einen unangenehmen Geruch. Dudley wusste, was das bedeutete. Die beiden zogen immer noch über Harry her und so wie es aussah täglich. Gut, auch er hatte Tage, da ließ er kein gutes Haar an seinem Cousin. Aber sein neues Leben hatte seine Einstellung um vieles geändert. Vor allem, als man ihm gesagt hatte, dass es durchaus möglich war, dass auch seine Kinder irgendwann Magie haben würden. Ich freue mich wirklich, euch zu sehen. Es sind immerhin fünf Monate vergangen. Ich habe euch etwas zu Weihnachten mitgebracht. Beides selbst gemacht. Seine Eltern packten die Geschenke aus und vor allem Petunia schien sich wirklich darüber zu freuen. Oh Daddy, du bist ein guter Junge und so begabt. Du scheinst mit Holz umgehen zu können. Nur ein bisschen, aber es macht Spaß. Vernon sah seinen Jungen an, dann seufzte er. Wir hätten dir gerne etwas anderes mitgebracht, aber diese dämlichen Betreuer haben uns eine Liste gegeben mit Dingen, die erlaubt sind. Und auch da durften wir nur zwei Sachen aussuchen. Wir haben uns für Spiele und Kleidung entschieden. Dudley nahm sein Geschenk freudig entgegen. Bei den Spielen handelte es sich um nichts Technisches. Wie gesagt, das gab es am Heim nicht. Danke, das ist echt schön. Es tut mir so leid, mein kleiner Liebling. Wären die Zauberer nicht, müsstest du das nicht durchmachen. Petunia warf Lisa einen finsteren Blick zu. Die achtete gar nicht weiter darauf. Ist schon in Ordnung. Das ist übrigens Lisa. Sie arbeitet als Betreuerin bei uns. Vernon warf der jungen, attraktiven Frau einen Blick zu. Ihr dürft eure Lehrer mit Du ansprechen? Nein, Mr. Dursley dürfen sie nicht. Die Betreuer dürfen mit Vornamen angesprochen werden. Das gehört zur Therapie. Bei den Lehrern ist es natürlich etwas anderes. Therapie? Mein Sohn ist nicht verrückt. Vernon war von seinem Sessel aufgesprungen und funkelte Lisa wütend an. Bitte setzen Sie sich wieder. Mit Schreien kommen Sie bei mir nicht weiter. Und ich habe auch nicht gesagt, dass Ihr Sohn verrückt ist. Aber er hatte und hat ein deutliches Problem mit Aggression. Es wird zwar schon besser, aber er hat immer noch Rückfälle. Nun meldete sich Petunia zu Wort. Aber darin ist doch nur diese Missgeburt schuld. Mein Dudley kann keiner Fliege etwas zu Leide tun. Ich weiß nicht, wen Sie mit Missgeburt meinen, aber ich rate Ihnen, solche Beleidigungen sein zu lassen. Sonst muss ich Ihren Sohn auf der Stelle wieder mitnehmen. Er hat sich so auf dieses Treffen gefreut. Außerdem fragen Sie mal die ganzen Tiere, die Dudley auf dem Gewissen hat. Es wäre ihre Aufgabe gewesen, Dudley zu sagen, dass er falsch handelt. Jetzt muss er die Konsequenzen tragen. Die Dursleys konnten ihre Wut nur mühsam zurückhalten. Aber auch sie wollten ihren Sohn nicht schon wieder verlassen. Das ist alles die Schuld von Severus. Ich wusste doch damals, dass er ein Verbrecher ist. Das alles, was er uns angetan hat, kann auch nicht legal sein. Doch, Mrs. Dursley, das ist es. Im Übrigen gilt Lord Severus Snape in unserer Welt als Held. Er hat im letzten Krieg viele Menschen das Leben gerettet. Und auch nicht Magiern. Und ich kann Ihnen versichern, er ist ein liebevoller Ehemann. Was meinen Sie mit Lord? Er hat damals in einer heruntergekommenen Gegend gelebt. Und jetzt soll er ein Held sein? Er ist in meinen Augen ein Pädophiler. Immerhin hat er ein Kind geheiratet. Auch wenn mein Neffe anscheinend ein Monster. Weiter kam die Frau nicht. Augenblick, hatte sie gut zehn Zauberstäbe vor der Nase. Ich habe Ihnen gesagt, keine Beleidigung. Und schon gar nicht gegen Lord Harry Potter. Selbst Dudley war zurückgezuckt. So kannte er die sanfte Lisa gar nicht. Und auch die anderen Gäste sahen aus, als würden sie sich gleich auf seine Eltern stürzen. Der Junge gab es nicht gern zu. Aber ihm war das Verhalten seiner Eltern peinlich. Die beiden Dursleys waren bei dem Ausbruch immer kleiner geworden. Snape war damals der Erste gewesen, der sich für ihren Neffen eingesetzt hatte. Sie dachten, das wäre eine Ausnahme. Gut, wenn sie sich jetzt wieder beruhigt haben, können wir ja endlich was zu essen bestellen. Ach ja, eines noch. Lord Snape hat damals in dieser Gegend gelebt, um seine Tarnung als Spion aufrechtzuerhalten. Aber er gehört zu den reichsten Menschen in Europa. Damit nahm Lisa die Speisekarte zur Hand. Das Essen verlief alles andere als gut. Immer wieder fluchten seine Eltern über Harry. Und das nur, weil sie nicht das essen durften, was sie wollten. Dann erzählte sein Dad von seiner Firma und dem Kobold, der sie leitete. Ich verstehe nicht, wie so ein Monster frei herumlaufen kann. Das Ding ist gefährlich. Selbst sie müssen das doch sehen. Lisa warf seinem Dad nur einen düsteren Blick zu, sagte aber nichts. Immer deutlicher wurde Dudley bewusst, was für Menschen seine Eltern eigentlich waren. Insgeheim dankte er Harrys Mann für die Chance, sein Leben zu ändern. Denn so wollte er auf keinen Fall werden. Zum Schluss war Dudley sogar froh, sich von seinen Eltern verabschieden zu können. Als er wieder im Heim war, drehte er sich zu Lisa um. Sie werden sich nicht ändern, oder? Vermutlich nicht, nein. Ich glaube nicht mal, die 15-jährige Strafe wird an ihrer Einstellung was ändern. Und bei mir? Lächelnd klopfte ihm die junge Frau auf die Schulter. Du bist auf dem besten Weg, ein anständiger junger Mann zu werden. Nickend machte sich Dudley auf in Richtung Zimmer. Er wollte seinem Cousin einen Brief schreiben.